Yo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft mit Kora. Aua. Es ist der gleiche Tag wie die letzten zwei Folgen und es geht weiter. Genau. Ich werde es übrigens in Zukunft so machen, habe ich mir jetzt überlegt von. Oh, ihr habt nachgedacht. Ich habe nachgedacht, ja. Das ist ganz neu. Und zwar, dass ich die Folgen... Ich will zwischendurch die Aufnahme safen, weil so eine Stunde Aufnahme, das ist mir irgendwie trotzdem so ein ungutes Gefühl. Aber ich werde dann keine extra Unmod oder so machen. Und wenn wir dann eine Aufnahmesession beenden, dann sage ich auch einfach, ich save kurz die Aufnahme bis gleich und dann kann es sein, dass das quasi das Auto der Folge ist. Ja, einfach, dass es ein bisschen nahtlos ist so. Und wo bist du hingelaufen gerade? Ich fälle hier gerade die Bäume noch. Wir gehen jetzt gleich unter Tage. Und exploren... Oh, jetzt habe ich das entrindet. Exploren die Höhle. Wer weiß, ob die überhaupt so weit ist, groß ist. Sie sieht sehr groß aus. Okay, hast du Fackeln? Ja. Okay, nicht lang fackeln, sage ich mal. Hier ist das Kupfer noch. Äh, wir sammeln ja wahrscheinlich viel Kohle. Dann kann ich ja die Kohle hier nehmen, oder? Mhm. Wow, hast du die gerade genommen? Nein. Lull. Äh, warte kurz. Gehirn. Funktioniert nicht, wissen wir schon. Ähm, doch. Nee. Ey, warte mal. Ja, klar. Ich brauche Spitzhacken. Ganz wichtig. Haben wir genug Eisen? Nee, ne? Kann man... Ich habe keine Eisenspitzhacken. Kann man aus Kupfer Werkzeuge machen? Nee, oder? Nein. Du hast eine Eisenspitzhacke. Mhm. Okay, dann mache ich mal einige Steinspitzhacken. Ähm, ein paar mehr. Guck mal. Ich kann gerade nicht. Ich muss eh noch hinbauen alles. Ich habe jetzt dreieinviertel Spitzhacken. Lass mal. Wir nehmen ja einfach Holz mit, dann kann man das ja nachmachen. Ja, habe ich. Ich habe genug dabei. Oh. Was? Okay. Die glänzen bei mir. What the fuck? Ja, die können oxidieren. Deswegen stelle ich die jetzt mal hier hin. Oh, sorry, sorry. Oh. Die können oxidieren. Ja. Was laberst du? Füße in der Tat lang hast. Oxidieren. Hm. Okay. Hast du genug zu essen dabei? Äh, ich denke schon, ja. Ja. Oh ja. Ich sehe es. Ich habe genug. Okay. Ich habe 32 Brot, 14, 15 Fisch, 10 Hühnchen und 7 Steak. Okay. Ich mache mein Inventar mal, bis auf das, was ich mitnehmen muss, mache ich mal leer. Ah, stimmt, Äxte noch, ne? Wegen. Wegen und so. Wegen und so. Genau. Okay. Warum nehme ich jetzt überhaupt ein Schwert mit? Brauche ich ja gar nicht dann. Nein. Verstehe ich nicht. Wozu denn Schwerte sind? Hm. Okay, dann wäre ich soweit. Dann mache ich meinen Shader schon mal aus. Was rülpst du da so? Ich weiß es nicht. Also, ich habe zwei Äxte und zwei Spitzhacken auf Vorrat. Ich habe auch ein Crafting Table dabei. Alter, wie das aussieht. Äh, du hast was? Ich habe zwei Äxte und zwei Spitzhacken auf Vorrat und wir schlafen noch einmal. Oh, das tut mir vielleicht so leid, dass du ohne Shader spielst. Das ist ja trostlos. Nein, ich finde das voll schön. Klar, das ist total traurig. Nein, das ist oldschool Minecraft. Lass mich in Ruhe. Ja, aber... Ja, nee. Halt die Klappe. Früher gab es auch schon Shader, Bro. Kannst du... Ja, und ich... Ups. Das war ein sehr absichtlich. Das ist echt traurig. Alter. So, wo gehen wir hin? Hier. Reif. Okay. Wie viele Fackeln hast du? Äh, 25. Okay. Hier ist noch Kohle. Ey. Ich will hier erstmal... Oh, fuck. Nico. Nico, mach was. Mach was. Nö. Mach was. Er ist explodiert. Ja, kann er machen. Warte mal, kriege ich da Schaden hin? Oh, na gut. Ich sprung verkackt schon. Hallo. Oh mein Gott. Ich habe mit zwei Herzen überlebt. Was? Als ob. Der Creeper war doch voll weit weg. Nein. Doch. Finden wir überhaupt raus? Ja. Wir tackeln hinterher. Ja, hier geht es auch rein übrigens. Wie? Da hinten. Über dir ist Eisen. Ja, baue ab. Eins. Ach, Kupfer. Hallo. Hallo? Ich dachte, du baust unter mir ab. Ich habe gerade richtig Angst. Was möchtest du? Möchtest du da rein? Ist doch kack egal. Wir wollen die... Oh, boah. Wir wollen die Höhle erkunden. Kohle. Hier ist nix. Wir haben Kohle mit. Wir brauchen Kohle. Ui. Was? Ist das? Wo bist du? Was ist das? Das ist eine Mine. Das ist eine Mine. Das sind Ketten? Ja. Wo bist du? Das sind Ketten. Hier. Wo bist du? Hallo. Hier unten geht es auch rein. Das sind Ketten. Was ist das? Ja. Ist das die Hölle? Das ist eine Mine. Nein. Was ist das da unten? Wasser. Ne. Was ist das hier? Das ist eine Riesenhöhle. Deswegen sag ich Strip-Mine. Das ist keine so gute Idee. Und das ist dieser Tiefenschiefer, oder wie es heißt, ne? Ja. Tiefenschiefer, deutsch. Ja. Okay, dann baue ich mal Kohle ab hier. Digga, was ist das denn? Aber diese Ketten, was ist das? Ja, das ist jetzt die Mine. Woher kommen diese Ketten, hä? Wurden die zugefügt ins Spiel? Ja, aber warum sind einfach Ketten im Untergrund? Weil das vielleicht besser zum Minen passt. Okay. Weiß ich nicht. Du kennst das Spiel, dachte ich. Ich hab nur gesagt, ich weiß, dass es existiert. Du weißt, dass das Spiel existiert? Stark. Nein, ich weiß das. Dass deine Mutter existiert. Das weiß ich auch. Aber da runter zu gehen, dann braucht man noch eine schöne Treppe für. Was ist knapp? Oder Wasser. Ich hab dich knapp verfehlt. Ich wollte dich schlagen. Okay. Oh, Spawner. Oh. Spawner. Spawner. Was du? Als ob. Wo bist du hin? Ja, ich bin halt hier, Alter. Du siehst doch meinen Namen. Alter, nee. Ja, doch. Ist das nicht ultra selten? Nee. Ja, doch. Früher war ein Spawner absolut selten. Nicht abbauen den Spawner, bitte. Ich will ihn aber abbauen. Hä? Warum? Farm. Warum nicht? Ich möchte an die Kiste ran. Das ist dir schon klar, oder? Ja, aber dann mit den Fackeln und nicht, nicht, Digga. Doch nicht abbauen. Bist du doof? Das ist ein Spawner. Der ist so mächtig. Die will einfach den Spawner bauen. Bist du geistig krank, oder was? Kara, das ist die Chance für eine Farm. War das eine Diamantene Pferderüstung? Nein, selber. Okay. Kara, wir haben einen Spawner. Wir haben eine Monster-Farm. Ja, okay. Merke ihn dir. Vergessen. Ich will Strippen ein. Ja, viel Spaß. Fahr mal in die nächste tiefe Höhle. Wer fällt in die Höhle? Wir können theoretisch da runtergehen und sofort Dias finden. Nee, kein Bock. Doch. Dias braucht man nicht. Wir machen das Display ohne Dias. Ich glaube, das würden wir sogar... Das würden wir sogar... Das würden wir sogar... Schaffen. Aua. Ja, dankeschön. Bitteschön. Okay, ich will mich ja gleich... Du hast angefangen. Gar nicht. Doch. Okay. Ich war vorhin einkaufen. Ich habe mir... Heidelbeer und schwarze Johannisbeer-Marmelade gekauft. Wie geil. Spinner. Wo ist die Spinner? Bei dir. Normalerweise kann aber so, wie ich das ausgleichen habe, kann ich nichts mehr spawnen. Ja. Ja, aber es kann auch sowas spawnen hier irgendwo. Ja. Ich habe Eisen gefunden. Okay. Eins. Wow. Ich sehe schon, einer stirbt heute. Du. Sehr wahrscheinlich. Netter Versuch. Warum sehen wir beide so scheiße aus, Mann? Ey, Alter, bist du gar... Hast du gar mit einer Axt geschlagen? Nein. Aber das hat keinen Schaden gemacht. Oder kaum. Glaube ich nicht. War das mit... Nicht mit einer Axt? Nee. Mit was dann? Ich habe im Wechsel geschlagen. Von Rot zu Axt. Okay, irgendwo ist hier ein Hohlraum mit einer Spinne. Ja, ich höre es. Vielleicht ja dein Gehirn. Ja, sicher. Naja, Hohlraum. Bist du noch bei mir oder bist du schon weg? Ich bin schon weit weg. Alter! Ich habe eine Lederkappe. Du kannst mich nicht töten. Ui. Da ist ein tiefer Spalt, Kara. Ich habe sie gefunden. Eisen. Nicht spammen. Halt die Klappe. Lass mich spielen, wie ich will. Ja, aber du machst halt keinen Schaden, wenn du spamst. Das ist gut hier. Tiefer Schlitz. Aufpassen. Hallo. Halt die Klappe. Was? Was denn? Alter. Wir werden so sterben. Denkst du, ich überlebe den Sprung? Von wo? Bis wohin? Auf der... Nein, auf die Schiene nicht, nee. Sicher? Wollen wir es testen? Sicher. Nein. Wir bräuchten Wasser einmal, MLG. Du hast doch gerade eine Kiste. Du hast doch gerade eine Kiste. Stell die mal hier hin. Ich habe eine Kiste? Tatsächlich. Äh, ich stelle die... Stell die mal hin. Ach so, deine Items. Ja, okay. Ja, alles gut. Tu alles rein. Probier es. Aber wie viel Level hast du? Weil Level ist halt schon geil. Level sind schon richtig. Ähm, elf. Aber die kann man wieder farmen. Ja. Alter, da geht es ja auch rein. Ja. Mit F. Oh. Wir gehen da gleich rein. Mhm. Du hast welche 10, wie du stirbst. So befriedigend. Ja. Noch höherer Drop, klar. Unnötig. Das war nicht aufsichtlich. Hör auf zu schlagen. Bruh. Ei, 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 ei. Das war unabsichtlich. Ja. Warte, ich komme mal zu. XP wasting an sich das Ganze. Ja, und ich probiere es nochmal. Ich will nochmal. Ja, aber das geht nicht, Bro. Also, wenn du von hier, äh, sag ich mal, keine Ahnung, von hier, nee, das geht trotzdem nicht. Das ist mir auch ein bisschen so riskant hier zu chillen gerade. Bleib mal da. Ja, klar, geht's noch höher. Also, du bist aber auch ein Arr. Das ist Wasser. Du bist doch auch ein, das ist Wasser. Ja, ich teste das gerade vorhin, wie weit man springen muss. Aber, Kama, äh, wenn du, wenn du hoch springst beim Absprung und auf einem hohen Punkt, dann, also, du bist ja selber schuld. Ja, ich bin doof. Ich weiß, danke. Naja. Also, können wir jetzt weitermachen. Test das noch einmal. Nee. Hier kannst du es testen. Uiuiui. Ja, hier kommt man am ehesten runter, ja. Wo bist du? Ja, hier, hinter der Kiste. Hier. So, Achtung, bitte. Geh mal weg, dann schubf ich dich nicht runter. Nein, nein. Ich spring. Ja, okay. So, Alter. So dumm. So, du hast voll Spaß, du weißt gar nicht. Ja, super. Alter. Ich will nochmal. Ja. Mann, du sollst dich nicht im laufenden Band umbringen. Ui. Oh, Eis. Oh, hier kann man sich sehr leicht verlaufen. Wir sind sehr, sehr große Höhle. Warte mal da. Ich will das nochmal probieren, aber diesmal hüpfe ich nicht. Okay. Ja, das wird trotzdem nicht gehen. Hier. Ja, baue mal das Eisen ab. Oh, das ist so neblig. Ja, ja. Alter. Alter, was ist denn? Warum ist das so hell da unten? Weil da... Oh. Ich schaff das, ich schaff das. Wasser. Oh. Okay. Oh mein Gott, ich bin gerade fast runtergefallen, weil ich die falsche Taste geklickt habe. Alter, hatte ich gerade einen Herzinfarkt. Alter, fuck. Oh mein Gott, ich habe gerade einfach... Ich habe meine alte Steuerung gerade wieder im Kopf gehabt. Uff. So, ich mache mir mal einen safen Weg zum Wasser. Ja. Mach mal bitte so, dass... Nein, kannst du bitte runterbauen? Ja, klar. Das ist übel riesig hier. Oh, krass. Das ist nur fucking riesig hier. Da ist auch Lava da hinten. Ja. Oh, ein Spinn... Ah, genau. Ein Spinn-Spawner wieder, glaube ich. Äh, ja, ich versuche... Das Schöne ist, ich habe jetzt keine Items. Ja, super. Und ich bin richtig knapp, man muss es landen. Total dämlich. Ja, Bau, du musst doch von da unten eigentlich hochbauen und ich... Ja, mit nichts haben. Ich kann dir jetzt... Soll ich die Sache runterwerfen? Nein, weil ich nicht mehr weiß, wo ich bin und ich nicht mehr weiß, wo du bist. Oh Mann. Oh, Kara. Du Idiot. Hm. Warte. Also, ich glaube, den würde ich schaffen, aber... Ich baue mich mal hier so ein bisschen hin. Warte, ich schwimme gerade hoch. Da schwimmt irgendwas im Wasser. Irgendwas blaues. Ich schwimme gerade hoch. Ist das ein... Nee, nicht du. Ist das ein Oktopus da? Da war irgendwas. Ja, ein Glow Squid. Da ist ein Oktopus. Ein was Squid? Ich habe gesagt, ein Glow Squid. Glow Squid. Ah, ach so. Ja klar, der Glow Squid. Klar, kenne ich. Natürlich. Klar. Siehst du mich? Äh, ich habe dich kurz gesehen. Ja, aber jetzt nicht mehr. Hier, da. Ah, was? Wo? Hier. Ich sehe dich. Ja, ja, hi. Hi. Lass dich nochmal umbringen von den Zombies. Hier sind die Zombies. Ja, ich lass mich mal umbringen. Okay, ich habe jetzt hier einen Weg, dass man zumindest ins Wasser springen kann. Und was machen diese Glow Squids? Die leuchten im Dunkeln. Wow. Hier ist Eisen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, ich bin doch tot. Ich bin tot. Nö. Ja, Absicht, weißt du. Das ist nicht befriedigend. Dass ich den ganzen sterbe? Ja. Oh, ne? So war ich ein bisschen vorgeschlagen. Ich fühle das auch so. Ich fand das so toll. Ich spring da runter. Tot. Ich spring nochmal runter. Tot. Ich fände das so toll. Ach komm, bis zum Treibhaus schon. Ja, ja. Hier bauen wir eine Treppe hin. Okay. Ich baue hier gerade einen sicheren Gang runter. Ich versuche es. Aha. Ist nicht ganz so leicht. Das Schlimme ist, da unten ist halt so dunkel. Hm. Alter, Glow Squids. Dann kann man... Droppen die irgendwas krasses? Ja, die droppen so Glow Squids, so Säcke wie so normales Squids, aber... Leuchtende. Leuchtende. Leuchtende Tinte. Eieiei. Bist du da runtergekommen? Was machst du denn, du? Ich mach den Gang. Ich seh es, aber... Was ist denn das für ein Höllenpfad? Ja, das machen wir ja gleich richtig, aber nur, dass man schon mal... Ich gehe in die andere Richtung, weil da ist Eisen. Wir brauchen erst mal einen großen Weg nach unten. Ja, mach du und die andere ein bisschen, ja. Aber hier kommt man schon mit dem Wasser zumindest hoch und runter. Ja. Ich baue mal, dass man nicht runterfällt auf dem Weg. Aber ja, das ist ein Höllenpfad, das stimmt. Es ist auch schön, dass du keine Fackeln benutzt, dass man noch gar nichts sieht. Ne, danke. Hier oben ist ein Wasserbecken. Ein Wasserbecken? Ja. Was heißt du? Guck mal, wo ich bin, wo ich hingelaufen bin. Hier ist ein Wasserbecken. Ein Pool? Ja. Cool, wollen wir baden? Hm. Ich mach hier ein bisschen sicherer den Weg. Ja, ja. Hi. Hi. Was? Wo ich gerade gelaufen bin. Okay. Ich muss echt dran denken, dass man nicht mehr ineinander laufen kann. Hm. Okay. Wie viele Fackeln hast du noch? Zwei. Aber ich hab hier nur Kohle, ich mach neue. Ich mach hier mal das Wasser raus und lass das runter. Oh, ich hab aber kein Holz mehr, ich voll Idiot. Ich hab Holz, Worte. Ich kann hier viele Fackeln machen. Was machst du? Unter Wasser bauen ist schwer, Kara. Ja, unter Wasser schwierig. Ich hab hier Wasser runtergelassen, falls du es gesehen hast. Warum? Dass wir runterkommen? Weil wir hier runterkommen. Aber lass halt lieber eine Treppe bauen, das ist doch chillig. Ja. Ich möchte hochschwimmen und runterschwimmen. Nee. Auf Dauer brauchen wir da schon eine schöne Treppe. Mit Stufen und so. Ich mach mal... Das Ding hier ist übrigens riesig, was ich gesehen habe. Das ist riesig. Ja, ich weiß schon, ich seh's. Und das ist noch nicht mal alles. Da hinten geht's hinter weiter, das ist übel krass. Ja. Oh, hier ist nochmal Eis. Alter, ich hab nur noch zwei Spitzhacken. Das geht so schnell. Aber wir können jetzt dann... So langsam geht's dann los mit Eisen. Endlich. Hä, und ist dieses Wasser hier komplett gefüllt? Oder geht das irgendwann... Hört das irgendwann auf? Ja, das ist komplett gefüllt. Ah. Hey, sind wir morgen. Okay. Und danke, dass du es unten wegbaust, damit es ins Wasser fällt. Gerne. Dann fischst du das bitte raus. Nee, kein Bedarf. So, Assi. Würdest du sagen, ich bin Assizial? Ja. Warum? Weil ich mich in den Arsch benimmst. Quatsch. Wo bist denn du? Ah, da. Anstatt, dass ich erst mal umschaust. Das wär super, Kacke. Ich brauch nur ein paar Blöcke zum Bauen. Was hab ich damit zu tun? Nicht. Und hier geht's dann... Hier machen wir einen schönen Weg nach unten. Denkst du, ich überlebe das? Ich... Was denn? Wenn ich hier runterspringe? Weiß ich nicht. Du kannst testen. Halt auf jetzt die ganze Zeit umzubringen. Hast du deine Items wieder aus der... aus der... aus der Kiste? Ja, ich hab alles. Ja, dann nicht, Bro. Aber das überlebt man doch. Ja, klar. Also, bist du im Block da unten sicher? Ja, klar. Also, darf ich runterspringen? Ja, darfst du. Zwei Herzen. Wow. Was? Du warst doch nicht voll, oder? Doch. Hä, seit wann nimmt man so viel Fallschaden? Diamanten. Ich seh Diamanten. Also. Da, unten, bist du blind? Kaga, ich bin grad nicht mal bei dir, Alter. Däger. Nicht anstrengend. Ja, genau. So. Oh, fuck. What the fuck? Kripper? Kripper explodiert in meiner Fresse. Was ist denn das für eine hessige Kacke hier? Oh, warte mal, jetzt bin ich. So. Hm. Hm. Wie komme ich hier runter? Irgendwie. Wie tief geht das? Wir sind auf Höhe 26 schon, hä? Aber warte mal, geht es jetzt unter Höhe 0? Ja, unter Höhe 0. Oh mein Gott. Unter Höhe 0. Das ist ja krass. Okay. Bist du bereit für ein großes Update? Groß Update. Kara, ich bin noch längst nicht da. Ich will eine Treppe nach unten bauen, Bro. Du hast Diamanten, das ist schön. Dankeschön. Aber Diamanten gab es früher auch schon. Ich meine, ein großes Upgrade im Sinne von, ich habe jetzt Diamanten für uns. Ja, ja. Ich habe hier eine richtig schöne Treppe hier in Planung. Ich baue nur mal das Grundgerüst. Weil du kennst ja die Treppen, die man auch ins Dach nimmt, ne? Die Treppenstufen. Da machen wir hier einen schönen Weg. Okay. Falls ihr euch fragt, Leute, was ich gerade mache. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan, aber ich verrate ihn euch nicht. Ahahaha. Ich mache nämlich was Schönes. Während ich hier unten schon komplett am Suchen bin. Ach du Scheiße, geht es hier noch tief runter. Stirb nicht. Nee, nee. Alles gut. Ich muss, glaube ich, gleich wieder hoch zum Spitzhacken machen. Ich bin nämlich auch kein Weg lang. Ich habe hier noch Zeug für dich. Ja, ist schön, aber ich mache ja, wie gesagt, die Treppe. Da geht es dann hier runter. Ein Spitzhacken noch. Gold kann man nur mit Eisen abbauen, oder? Ja. Wot the fuck. Gott, wieso kriege ich... Du hörst das, ne? Ja. Wie die ganze Zeit Creeper im Gesicht explodieren. Warum? Weil ich... Dumm bin. Mit dem Rücken für den Viechern stehe. Okay. Interessante. Oh, hier ist, ähm... Ein interessanter Block für dich. Okay. Verstehe. Übrigens haben wir bisher einen Tier. Ja. Wow, ernsthaft? Ja, es war ein Tier. Es gab es früher auch nicht so ganz kleine Adern. Man kann ja noch drum herum bauen, aber das ist echt selten. Oder war selten. Okay. Mein Grundweg ist fast fertig. Oh, da ist ein Enderman hier, glaube ich. Ja. Der Enderman. Ich bring dir das mal mit. Den neuen Block. Was ist denn das hier, eine Säule? Okay. Vielleicht hast du es auch schon gefunden. Vielleicht. Ach, du Kacke. Was? Äh. Wie tief geht es hier bitte runter? Sehr tief. Ne? Mhm. Alles gut. Hahaha, Tiefe. Kind. Sagt das größere Kind. Sagt das größere Inder-Kind. Okay, ich habe gleich den Weg zum Holzminen-Dings da. Perfekt. Und ich weiß gar nicht, wo ich bin und wo ich hin muss. Sehr gut. Naja, doch, so grob. Hier ist wieder Wasser. Kackwasser. Wasser hassen wir. Warum ist denn das so hell da hinten in der Höhle? Das verstehe ich nicht. Weil deine Chunks dort aufhören. Okay. Uff. So, ich bin angekommen. We have a liftoff. Ich bin gelandet. Okay, ich komme mal zurück. Ja. Siehst du mich? Äh, nee. So, wir müssen es aber eins... Ich bin unten bei der Lava. Eins weitermachen, so. Ist mir gerade kack egal, wo du bist, ehrlich gesagt. Wow. Naja, weißt du, ich will... Ich mache hier eine Treppe. Klar. Ja, ist gut. Ich mache den Weg, dass wir wieder hochkommen. Ich mache was Nützliches. Im Gegensatz zu Bier. Ich hoffe es. Wäre verdient, wenn man da alleine runtergeht. Gezwungen. Wer hat die Zombie-Zunge gezungelt? Ich habe den Zombie bezwungen, habe ich gesagt. Zwing dich nicht, Kara. Du dir keinen Anzwang. Immer. Doch. Okay. Okay. Ist hier dein Name da unten? Ja, soll ich hier unten rumrennen? Wie doof. Ach so. Ich dachte, ist hier dein Name, weil du nicht da bist. Oh, nee, ich muss noch eins... Noch eins... Oh, nee, es geht so. Oh, ich höre ein Zombie. Ja, hier sind ganz viele Mobs. Okay. Das sieht auch schon mal ganz nice aus. Okay. Oha. Ist es unten? Er ist nah. Oh, da ist Enderman. Nicht angucken. Ich bin bei der ersten Holzschiene im Ding. Boah, bist du noch weit oben? Ja, ja. Das weiß ich selber. So, wir machen aber hier so eine Glasfront, damit man hier trotzdem sehen kann. Was? Ich brauche noch ein Fackeln. Okay. Das ist doch schon mal gut, ja. So, die Schienen kann man eigentlich abbauen, ne? Das ist sinnvoll eigentlich. Ja, brauchen wir nicht wirklich. Hä, warum? Wozu? Wozu? Naja, wenn wir irgendwann mal eine Piste nach unten nach oben bauen, oder so? Bezweifle ich, dass wir das tun werden, aber... Warum? Ja, nehmen sie mit. Warum wollen wir das nicht tun? Was ist das denn? Da sind hier eine Blöcke und Kristalle. Ja, das ist... Das ist neue. Das ist neu. Wait, if... Hier ist Redstone. Ich leuchte hier mal ein bisschen aus. Uah. Du kannst die Linienkristalle mitnehmen mit einer Eisenspitze, glaube ich. Ja, da gehe ich noch nicht runter. Kann ich aus den Kristallen dann... Was kann ich denn noch was machen? Ein Fernglas, glaube ich. Fernglas! Was ist denn das für ein Stuhl? Da kam die Toad-Stimme. Ja! Ganz kurz. Ich save ganz kurz die Aufnahme. Vielen Dank.